Der Bärenlandbär macht am Sonnenkopf seinen Winterschlaf. Was ist denn hier los? Hier ist ja alles weiß. Am Sonnenkopf kann man auch im Winter tolle Sachen machen. Komm mit, wir zeigen es dir. Im Skigebiet Sonnenkopf ist auch im Winter der Bär los und es gibt für die ganze Familie viel zu erleben. Kommt vorbei und besucht das beliebte Familienskigebiet Sonnenkopf. Kommt vorbei und besucht das beliebte Familienskopf. Das ist ja alles weiß. Untertitelung des ZDF, 2020